Hallo Leute, heute hier in Elektro-Denning für Bruno eine Challenge und zwar zum Thema unmögliche Liegestütze. Und ja, so als kleine Motivation für die nächste Zeit, die jetzt ein bisschen kommt im Wintermonat, wo man nicht mehr so rausgehen kann oder will, je nachdem wie man es sehen will, dann möchte ich jetzt einmal so sagen, so eine kleine Challenge, vielleicht schafft es wer von euch aus. Also was braucht man dazu? Einen Spalthammer oder einfach eine gerade Stange und den legt man jetzt hier so auf. Also hier mit dem einen Punkt legt man das sozusagen hier auf und dann macht man sozusagen hier, greift man das hier an dieser Stelle und hier an dieser Stelle und dann macht man einfach Liegestütze. So, wie das geht, zeige ich euch jetzt. Also es ist brutal anstrengend, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Es ist eine Koordinationsgeschichte und ja, vielleicht einen schaffen wir noch. So, und jetzt so eine Herausforderung, kommentiert mal drunter, ob ihr es auch schafft. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Euer Alexander Lüfter-Denning in 5 Minuten. Tschüss.